Hi, hier ist wieder der Holger von PCMAX und wie ihr sehen könnt, dreht sich heute alles um ein Quad-Channel-Speicher-Kit von Corsair aus der Avengers-Baureihe, das eine Kapazität von 16 GB aufweist und mit einem Takt von 1866 MHz bei den Timings 19,927 und 1,5 Volt Spannung arbeitet. Corsair bestückt das schwarze PCB mit dem bekannten Heatsbreeder in einer roten Farbgebung, welcher mit seinen hohen Schlaufen für eine optimale Kühlung sorgen soll. Durch die sehr hochbauenden Heatsbreeder kann es unter Umständen zu Kompatibilitätsproblemen mit einigen CPU-Kühlern kommen.